Das gab es wirklich noch nie. Die japanische Regierung hat einem Forschungsteam aus Toko jetzt die Erlaubnis gegeben, ein Mischwesen aus Mensch und Tier zu züchten. Dazu sollen menschliche Stammzellen in Tierembryonen eingesetzt werden. Doch nicht nur das. Diese Mensch-Tier-Schimären dürfen dann erstmalig quasi bis zur Geburt heranreifen. Die Fachleute wollen somit langfristig Ersatzorgane aus vermenschlichten Tieren erzeugen. Tiere als Ersatzteillager oder Organfabriken also? Kritiker sprechen von einem ethischen Mega-Verstoß. Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Heute übrigens von dem Sommer-Camp von Fridays for Future. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für euren super spannenden Themenvorschlag, der über die Telegram-Community kam. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Das, was die japanische Regierung jetzt nun genehmigt und finanziert, ist wirklich einmalig. Konkret geht es über ein Experiment des Forschers Hiromitsu Nakaoshi, der Mischwesen aus Tier und Mensch bis zur Geburt heranreifen lassen möchte. Langfristig gesehen könnten so Schweine erzeugt werden, die als Organspender für menschliche Patienten und Patientinnen dienen und somit dem weltweiten Organmangel entgegenwirken. Auch in anderen Ländern wie den USA wurden bereits Hybrid-Embryos aus Menschen und Tier gezüchtet. Auch in Deutschland ist die Forschung und Züchtung mit Chimären erlaubt, das Gebären dieser Mischwesen aber ausdrücklich nicht. Und so haben die Forschungsteams weltweit solche gezüchteten Mischwesen immer frühzeitig getötet. Doch das ist diesmal anders. Hiromitsu Nakaoshi von der University of Tokyo möchte nicht nur menschliche Zellen in Tierembryonen schleusen, er möchte sie auch bis zur Geburt heranwachsen lassen. Eine Änderung des japanischen Gesetzes aus dem März diesen Jahres macht das möglich. Das japanische Wissenschaftsministerium hatte damals Einschränkungen aufgehoben, die sich auf das Einsetzen menschlicher Stammzellen in Tiere beziehen. Diese neuen Regeln erlauben es Forschungsteams in Japan Tiere zu züchten, die quasi menschliche Organe ausbilden. Nakaoshis Team ist also das erste, das nicht nur Mensch-Tier-Schimären erzeugt, sondern diese quasi bis zur Geburt heranwachsen lässt. Der japanische Forscher will diese Experimente schrittweise durchziehen. In einem ersten Schritt sollen menschliche Zellen in Ratten- und Mäuse-Embryonen eingesetzt werden. 14,5 Tage sollen die Embryonen im Körper des Muttertiers heranwachsen. Dann sind sie schon relativ weit entwickelt. Gewöhnlich tragen Mäuse ihre Jungtiere etwa 20 Tage lang. Ähnlich bei den Ratten. Hier sollen die Mischwesen-Embryonen 15,5 Tage im Muttertier heranwachsen. Zum Vergleich, 23 Tage beträgt die gewöhnliche Tragedauer der Ratten. Auch hier sind die Embryonen also schon relativ weit in ihrer Entwicklung. Dann sollen nach dem Plan von Nakaoshi auch größere Tiere herhalten, beispielsweise Schweine. Auch hier sollen menschliche Zellen in Schweine-Embryonen eingesetzt werden, die dann 70 Tage in einer Sau heranwachsen. Für dieses Experiment fehlt dem japanischen Forscher allerdings noch eine finale Genehmigung. Auf Zellebene soll das Ganze so ablaufen. Den Naga-Embryos werden sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen, IPS-Zellen eingepflanzt. Diese entstehen, indem ausgereifte Körperzellen eines erwachsenen Menschen auf einen sehr frühen embryonalen Zustand zurückprogrammiert werden. Die Biochemie macht das möglich. So können Hautzellen die Eigenschaften von Embryozellen entwickeln, aus denen sich dann wiederum quasi jeder Zelltyp des menschlichen Körpers entwickeln kann. Genetisch gesehen sind solche IPS-Zellen also identisch mit den ursprünglichen Hautzellen. Und das bringt einen entscheidenden Pluspunkt mit sich. Gewebe, das daraus gezüchtet wird, würde nach einer Transplantation nicht vom Immunsystem des Zellspenders abgestoßen werden. Was hinzu kommt, kein Embryo muss sterben, um solche IPS-Zellen zu gewinnen. In den Experimenten des japanischen Forschungsteams werden die Naga-Embryos genetisch verändert, und zwar so, dass ihnen eine eigene Bauchspeicheldrüse fehlt. So erhoffen sich die Fachleute, dass die Föten aus den menschlichen, induzierten, pluripotenten Stammzellen eine Bauchspeicheldrüse entwickeln. Aber auch an anderen Stellen im Körper dieser Mischwesen aus Tier und Mensch könnten sich menschliche Stammzellen verbreiten. Dies könnte das Experiment dann auch zeigen, so heißt es vom japanischen Wissenschaftsministerium. Ein ähnliches Experiment hatte das Team um Nakaoshi schon vor zwei Jahren, 2017, durchgezogen. Damals hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler IPS-Zellen von Mäusen in Rattenembryos eingepflanzt, die durch eine genetische Manipulation ebenfalls nicht in der Lage waren, eine eigene Bauchspeicheldrüse zu entwickeln. Das Experiment wurde als Erfolgsversprechen gefeiert, denn die Ratten hatten tatsächlich Bauchspeicheldrüsen entwickelt, die aus Mäusezellen bestanden. Und nicht nur das. Die so gezüchteten Organe wurden dann in Mäuse eingesetzt, die an Diabetes erkrankt waren. Die Tiere waren dadurch tatsächlich in der Lage, ihren Blutzuckerspiegel wieder zu regulieren. Das Ersatzorgan hatte die Tiere wieder gesund gemacht. Wir sind allerdings noch lange davon entfernt, Organspenden aus Tieren zu gewinnen. Denn das, was Nakaoshi macht, ist reine Grundlagenforschung. Mäuse und Ratten sind evolutionär weit vom Menschen entfernt und so sind die menschlichen Zellen gar nicht in der Lage, lange in den fremden Körpern zu überleben. Zudem sind die Tiere viel zu klein, um in ihnen echte Menschenorgane zu züchten. Ähnlich bei Schweinen. Auch hier besteht eine große Hürde dieser Technik darin, dass Mensch und Schwein evolutionstechnisch gesehen relativ weit voneinander entfernt sind. Wahrscheinlich werden sogar noch Jahrzehnte vergehen, bis Patienten und Patientinnen, die vergeblich auf ein Organ warten, mit dieser Technik geholfen werden kann. Und wenn überhaupt, und das ist auch das, was Skeptiker und Skeptikerinnen an dieser ganzen Sache so hart kritisieren, es sind nicht wenige Fachleute, die daran zweifeln, ob diese Technik überhaupt jemals funktionieren wird. Vorzuziehen seien andere wissenschaftliche Ansätze, mit denen menschliche Organe für Transplantationen bereitgestellt werden könnten. Beispielsweise beschäftigen sich andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit, Organe von Tieren so umzugestalten, dass sie dann auch Menschen eingesetzt werden könnten. Es gibt zudem auch Befürchtungen, dass sich solche IPS-Zellen so in den Tieren einnisten, dass sie sich im schlimmsten Fall zu Ei- und Samenzellen entwickeln oder aber, dass sie die kognitiven Eigenschaften von den Tieren verändern. Dazu der Molekularbiologe Jens Reich aus Berlin. Es ist sehr heikel, solche Versuche zu machen. Die Gefahr dabei ist, dass man ja sehr potente menschliche Stammzellen in ein tierisches Embryo hineingibt und man dann nicht mehr verhindern kann, dass die etwas machen, was nicht mehr kontrollierbar ist. Zum Beispiel, dass sie in dem Versuchstier Hirnzellen bilden. Und auch andere Dinge können in den anstehenden Experimenten noch schiefgehen. Beispielsweise, dass sich Krebszellen entwickeln und dass die menschlichen Zellen zugrunde gehen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gehört zu den Kritikern. In einem Spiegelinterview sprach er von einem ethischen Mega-Verstoß. Seiner Ansicht nach sind die Experimente nicht tragbar. Mit der Züchtung von Mensch-Tier-Mischwesen wird eine Grenze überschritten, die wir als Menschen nicht überschreiten dürfen. Der Deutsche Ethikrat hat 2011 eine Stellungnahme zu diesem Thema veröffentlicht, die bis heute gilt. Ethisch vertretbar sind Experimente demnach, wenn die Grenze zwischen Mensch und Tier klar erkennbar bleibt und sowohl das Tierschutz- als auch das Embryonenschutzgesetz streng eingehalten wird. Zudem muss auch der Nutzen für den Menschen groß sein. Somit befürwortet der Deutsche Ethikrat also Tierexperimente mit vermenschlichten Tieren die Zeit zu dienen, Organe in Tiere zu züchten und diese dann auf den Menschen zu übertragen. Dazu der Sozialethiker Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, im Interview mit dem Nachrichtendienst EPD. Man denkt vielleicht an Pegasus, Sphinx, Kentauren oder irgendwelche Horrormonster aus Hollywood-Trash-Filmen. Dem sei nicht so. Hinter den Experimenten stünde ein hohes Ziel. In der Medizinforschung geht es übrigens schon seit Jahren um die Erzeugung von Chimären. In Deutschland konzentrieren sich Forschungsteams vor allem auf die gentechnische Veränderung der Tiere durch die Genschere namens CRISPR-Cas9. Hierbei werden Oberflächenmoleküle der Tierorgane so verändert, dass sie menschlichem Gewebe ähneln. So erhofft man sich, dass nach der Transplantation keine Abstoßungsreaktionen stattfinden. Wir spielen Gott. Gentechnik mit CRISPR-Cas9. Hier erkläre ich genau, was es mit der Genschere auf sich hat. Also anklicken, anschauen und an alle Nicht-Abonnenten und Abonnentinnen spätestens jetzt Clixoom Science & Fiction abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.